Hallo und sag was! Hallo! Herzlich Willkommen an Shenzhen Tour 2013! Vielen Dank, Chiron! Chiron, nicht zu mir! Sehr schön! Oh, guck mal, der hat doch auch schon ein bisschen was verkauft da mit seinem T-Shirt, oder? Mhm. Oh, schön! Guck mal, hier der Alte! Da kommt noch ein schöner hinterher! Super! Er ist ja auch toll! Bis morgen! Tschüss! Und das ist Carsten! Carsten, kannst du mal was sagen? Hello, Sunshine! Carsten muss arbeiten! So, hier die Dinger, die wir jetzt noch haben, oder? Die sind wieder weg da. Das ist gut, ne? Die wolltest du in dein Auto holen, ne? Ja, die können doch nicht da stehen, das ist nicht ein halber Karton. Äh, was da noch ist? Äh, das ist ein Steigkühler-König. Moment! Okay! oli talking! Moment! igs Green Wir sehen uns beim nächsten Mal.